Wieso bist du nicht bei den Video-Days? Du bist doch nicht ganz dicht. Wofür soll ich denn da? Deine Fans begrüßen. Ja, Schatz, aber welche Fans? Du meinst doch nicht, dass ich da zwei Stunden in der Halle Autogramme gebe, so wie die anderen da. Das ist doch verrückt. Und dann ist die Halle... Was soll ich denn da Autogramme geben, Mensch? Als neuer Poptitan von Deutschland. Guck mal, ich lieg hier, ich hab ein Handicap. Ich hab hier meinen Kuschelhund. Du hast ein Handy? Ich hab ein Handicap, ja, ein Handy hab ich auch. Das ist Schrott, das muss ich mal neu... Guck mal, ich muss ja demnächst für Mallorca, für Ballermann, muss ich Produktion machen. Da hab ich noch zwei Hits in der Tasche. Dann die Nadine kommt noch. Und was soll ich denn da jetzt verrückt, wie die anderen in der Langseth-Arena da Interviews geben? Das ist doch bescheuert, die haben doch einen Knall da. Bleiben wir bloß weg da. Also wenn Fans von mir Interviews haben, ja Interviews, Autogramme haben wollen, dann kriegen sie die. Dann aber... Ich geh doch nicht in eine Halle da rein, nach Alphabet geordneten Tabelle, und dann geb ich da Interviews. Also die kömm ich doch mal. Und jetzt schlaf ich weiter. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.